na wie geht's denn so und willkommen zu meinem neuen kanal oder kanal konzept wie auch immer ein update auf jeden fall zu meinem kanal ihr seht auch ich habe einen neuen kanal banner schreibt mir in kommentare wie ihr den findet daumen nach oben wenn er cool ist habe ich heute erstellt und jetzt zum kanal update was kommt und was nicht also minecraft weiß ich nicht was kommt auf jeden fall texturepacks videos werde ich beibehalten die machen mir sehr viel spaß und sind sehr ansehnlich wenn ich als in kommentare wenn sie auch so findet fortnight ist mein hauptspiel jetzt also es macht mir übel spaß und ich möchte da viel mehr bringen live stream weiß ich nicht wie es aussieht wenn ich zeit finde heute wollte ich nicht live stream aber fortnight war down also leider pech gehabt dann ja könnt ihr mir gern schreiben was ihr bei fortnight sehen wollt wenn ihr ideen habt bleibt sie unten rein ich probiere sie umzusetzen dann richtig witzig werden ich habe da paar ideen dann geht es ein bisschen zurück von meinem kanal heißt also mein kanal konzept von früher kommt ein bisschen nach oben denn am 15 februar kommt ein schönes remake von secret of mana secret of mana einer meiner absoluten lieblingsspiele habe ich auch damit angefangen mit diesem kanal wenn ihr es nicht angeschaut habt schaut euch hier an playlisten habe ich ganz viele nicht gelistet könnt ihr hier ganz viele videos anschauen von mir und mein bruder oder brüder jemals nennt ja schaut euch diese videos an ist es wirklich herzen stück deswegen am 15 februar kommt das neue secret of mana und ich werde es spielen let's playen und hochladen ich hoffe ihr seid auch dabei falls ihr sonst irgendwelche ideen habt schreibt in die kommentare ich antworte ich bin immer offen und ja glaubt das war's minecraft skybones wird wahrscheinlich nicht mehr kommen ich habe einfach keine lust mehr kein spaß daran und das muss nicht sein auf jeden fall hauptbestandteil dieses kanals wird fort und vielleicht paar alte rpgs wenn ich was finde und lust habe das zu spielen dann spiele ich es und ich hoffe ihr seid dabei doch wenn euch dieses video gefallen hat ein daumen nach oben wenn ihr neu seid und mein konzept euch gefällt abonnieren und kommentar schreiben und willkommen im nächsten level und bis zum nächsten video